Norddeutscher Rundfunk 2021 Kann losgehen! Norddeutscher Rundfunk 2021 Guten Morgen! Heute ist der 10. September. Es ist kurz nach halb neun. Es hat noch eine knackige Auge gehabt. Und wir sind jetzt endlich unterwegs auf dem Sturm in Dolomiti. Schöner Gruß an der Stelle an dem Fischi, dessen Video maßgeblich daran schuld ist, dass wir da heute gestartet sind. Losgefahren sind wir am 6. Wir wollen die 4000 Höhenmeter mit dem Dolomiti auf Zvorrag fahren. Wobei unser heutiges Ziel die Silvianer Hütte ist. Das bedeutet, dass wir den größten Teil der Höhenmeter mit ca. 2500, falls wir so weit kommen. Schauen wir mal! Noch so eine gute Hoffnung! Die ersten 15 Kilometer sind kaum bergauf gegangen. Aber schon langsam machen wir ein bisschen Höhenmeter. Inzwischen haben wir knapp 600 Höhenmeter. Und ich bin schon wieder gut am Schwitzen. Inzwischen ist da ganz schön warm. Es wird immer geiler. Es ist schon eine ziemlich geile Gegend da. Aber auf blau auch ganz schön anstrengend. Inzwischen haben wir gut 1.100 Höhenmeter. Jetzt kann es eigentlich nicht mehr so weit sein bis zur nächsten Stempelstelle. Oder bis zur ersten Stempelstelle. Irgendwie zieht sich das ganz schön auf. So, die erste Stempelstelle vor Augen. Die erste Station geschafft. Und den ersten Gipfelschnaps. Die erste Station. Die erste Station. Die erste Station. Die erste Station. So, weiter geht's. Das Domain geht jetzt auf dem gleichen Weg wieder zurück, dem wir aufgekommen sind. Früher gehen wir in der Richtung weiter. Und wahrscheinlich irgendwo da rüber. Aber wir wissen noch nicht, ob da nicht irgendwo gesperrt ist. Also halten wir uns an die Wute. Das war jetzt eine rasante Abfahrt. Ich stell wieder einmal fest, wir müssen deutlich schneller irgendwie um. Ja, wir haben jetzt bei dem Abzweig. Wo es aufgegangen ist. Eigentlich geht die Wute links weiter. Wir fahren jetzt ein paar Meter rechts zur Silvesteralm. Und da gibt es dann einen Bratzeithof einmal. Das schaut doch wirklich aus. Jetzt sind wir bis in die Hand nur bergab gefahren. Jetzt steht uns der nächste Anstieg bevor. zur Silvesterhütte. 1400 Höhenmeter am Stück nur bergauf. Bin gespannt. Das tägliche Kuhbild muss sein. Übrigens 1426 Höhenmeter und 54 Kilometer haben wir schon. Jetzt wird's ernst. Oh Herr, gib mir die ewige Kraft. Ein bisschen Doping muss das auch. Nach 2200 Höhenmeter sind wir an der Leckenalm. Wir haben uns begeistert, dass es zur Silvesterhütte noch 550 Kilometer sind. Und da ist. Ein kurzes Päuschen muss da schon drin sein. Schaut dies gut aus. Oh, ein Traum. Von der Leckfeldalm können wir jetzt die letzten 500 Kilometer zur Silvesterhütte. Die packen wir jetzt auch noch. Noch knapp 2300 Höhenmeter, glaube ich. Ist das keine Schande, wenn man da schiebt. Das war leider nicht das letzte Schiebestück. Ich glaube, dass wir bis zu den Hüten auch nicht mehr fahren werden. Das ist zum Schirmjob total drauf, oder? Die Dimpelstelle Nummer 2. Mit grandioser Aussicht. Mit grandioser Aussicht. Ja, Wahnsinn. Ist das geil. Der Hüten sitzt auf dem Dimpf. Und auf. Das war's geil. Jetzt haben wir's gleich. Auf 2765 Kilometer sind wir da. Check. Neuer Tag, neues Glück. Nachdem ja gestern eher technisch einfach war. Oder sehr einfach. Und viele Höhenmeter machen wir's heute um. Jetzt sind's weniger Höhenmeter. Aber dafür wird's technisch schwieriger. Aber jetzt gibt's erstmal ein lecker Frühstück in der sehr geilen Hütte. Musik 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 Ich glaube da ist drohungssicherer wie Schirm Musik Musik Jetzt Musik 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 Müsst du schnaufen? Ja. Da ist kaum was zum Fun dabei. Die Wachstum ist ein Einzelnen. Dann ist es ein Wachstum. Der Wachstum hat das Säge. Das ist ein Wachstum. Die Wachstum wird der Wachstum und der Wachstum wird der Wachstum in der Wachstum Wir haben die Wachstum und wir haben die Wachstum und wir haben die Wachstum die Wachstum Der Baumhof ist hier. Der Baumhof ist hier. Das war's. Ansteigend, aber saugeil. Bei der Aussicht. So, dritte Stempelstelle. Nächster Stempel, Nr. 3. Gipfel-Schnaps AK Stempelstelle. Schnaps. Schweißwort. Also kurz nach der Stempelstelle ist noch einmal schlimmer gesagt. Aber dann müssen wir ziemlich lang weggehen. Nach Padula. Für den nächsten Stempelstelle. Gipfel. Nächster Stempelstelle. Gipfel. Gipfel. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ein Traum. Das ist der Wahnsinn. Die Trails sind endlos und so geil. So, Checkpoint Nummer 4. Direkt bei der Kirche in Padula. Checkpoint Schnapps Nummer 4. Gerade diese wilde Abfahrt. Aber geil. So, weiter geht's. Zum nächsten Checkpoint und den letzten Höhenmeter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber ich schwitze wie die Sau. Da geht's wieder relativ humorfrei. Ziemlich steil aufs Schotterberg auf. Jetzt hätten wir gemalt, wir schaffen es noch ohne Rengenheit. Aber momentan bringen sie ein bisschen. Aber wir hoffen, dass das nur vorübergehend ist und dass der wieder weitergeht. Was aussitzen können. Dass wir unter unserer Wurzel aussitzen können. Naja, das dauert uns jetzt doch zu lang. Jetzt fahren wir ein bisschen weiter. So viel misst nicht. Letzte Stempelstelle, Rotwand. Und letztes. Es ist vollgebracht. Checkpoint Schnapps Nummero 5. Das war der Beste von Uli. Ja, wir haben es geschafft. So, jetzt dürfen sie eigentlich nur noch runtergehen. Höhenmeter haben wir. Ah, die hat noch Energie. So, schau. Hätts nicht klappt. Das Domen Dolomiti in Silber ist abgehakt. Hoffentlich nicht der letzte Stein auf dieser Trophäe. Schauen wir mal.